Herzlich willkommen zu Megaman X Part 8 und jetzt geht es da weiter wo wir aufgetan haben und so perfekt Mist Das ist halt kacke, wenn du nie weißt, wo die runter kommt. Das ist halt kacke, wenn du nie weißt, wirst du nie weißt, wirst du nie weißt, wirst du nie weißt, wirst du nie weißt. Okay. Ich muss echt gucken, dass ich dann hingehe. Wenn ich dann hingehe, das macht. Okay. 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 difficulty beenden. Ich wollte nur wissen, wo die halt hingeht. Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Na also! Oh man! Ich sag doch, die ist nicht schwer. Ah, das blöd jetzt, wenn du nie weißt, wo die hier hin kommt. Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Oh man! Na also! noch ein bisschen aufpassen hier oh man Was ist das? Nein, du denkst, wo die hingeht. Ja, ist er. Ah, Mann. Nein! Geht. Hier! so 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 das ist das problem ja gut deswegen was ist dann lassen wir das erstmal zum level wie hier rein und füllt sich vorerst mal die energie container erstmal auf das wichtigste bei sowas das ja 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 weil du weißt nämlich nie wieder bei sowas mit energiecontainer brauchst ihr habt ja selber gesehen die spinne ist gar nicht so schwer aber das problem einfach an der scheiß spinne ist wenn du nie weißt wo sie hingeht das problem ist ihr wisst nie wo die mich nieder vielleicht kann ich dann auch gleich hier das ist und dann bände ich jetzt gerade mal den Part und wir sind zum nächsten Part bis gleich